Hey ho was los willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft ja ja wir machen jetzt weiter wir äh wir den Raum ein bisschen größer ich würde sagen ein so so wow ähm so 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 die Decke mach ich auch mal aus ich habe gar nicht aus aus ich glaube ich lasse ich mache ich mache ich habe das ist ein ja 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 ich 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 da und 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 ab Ich habe keine Kabel mehr. Da. So, dann. Ups. Jetzt kommt auch das Cullstone. Packen wir die Leiter da noch mal ran. Jetzt haben wir den ganzen Dreck ein. Und das machen wir auch aus Stein. Die Seite. Ein Schaufelchen. Zu. Trulolo. Trulolo. Und dann. Ja. das ist doch auch ganz schick aus hier ich muss aber ganz kurz was gucken Moment äh scheiße na 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 okay egal ich weiß gar nicht ob ihr das eben gesehen habt wenn ja ist es bestimmt nicht so schlimm ach hier waren die Pilze ne da wollte ich erstmal wachsen lassen und ich glaub ich will irgendwie eine Höhle ja komm wir gehen mal in eine Höhle ne ja in eine Höhle holen wir erstmal das ganze Zeug hier raus und bereiten uns erstmal vor hier die Kabels rein den Dreck tue ich unten rein ich nehme mal so viel Dreck mit man weiß nicht wozu das gut ist Zolls nehme ich auch mit das brauche ich nicht die nehme ich auch mit die brauche ich auch nicht Platzverschwendung ähm wir brauchen noch mehr Schaufel und mehr Spitzhäcke extra Cobblestone kann ich generell noch mitnehmen haben wir noch ein paar Sticks bisschen Eisen nehme ich auch mit falls wir da Eisenmangel haben zwei würden reichen erstmal so Fackeln haben wir auch erstmal genug Glas kann ich wegtun dann wer brauche ich eigentlich nicht dann mach ich das so schaufel noch einen ich weiß ja nie ich hatte schon schlechte Erfahrungen so 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 sieht das auch ganz gut aus jetzt müssen wir noch eine Höhle finden oder wir gehen einfach in unsere hier aber haben wir überhaupt schon einen Moment stimmt wir haben jetzt schon den Kompass ne jo und der Spawnpoint ist verdammt das wird auf den Spawnpoint gezeigt ich geh mal kurz in so einem Spawnpoint Moment wo 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 naja sonst warten wir noch kurz mit der Höhle und suchen ein bisschen Bambus oder Zuckerrohr sind das da Delfine ich will mal Delfin töten ich will mal Delfin töten hm 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 da sind das ist ein Luftschiff blub oh es gibt Minus vor und er droppt irgendwie nichts dann schwimmen wir erstmal nach Hause ah oh oh der greift mich an Was für ein Nächster. Oh, gehen wir mal raus. Ach, Essen müssen wir auch noch mitnehmen, ne? Und verrecken wir da unten, ja. Na, müssen wir uns mal mehr vorbereiten hier. Fuchs droppt kein Fleisch. Und Eimer nehme ich auch mit und so. Oder muss ich mich erst mal noch besser vorbereiten hier. Sonst wird das ja nichts. Oh, Mr. Creeper. Hallo. Schwupp. Oh, Christoph. Sind die nicht irgendwo Schweine? Oder wie macht man noch Pilz? Wann noch mal Pilze, ne? Brot können wir uns sonst auch backen. Aber hier wächst das alles nicht. Ich weiß nicht, ob das schon fertig ist. Das ist nur nicht fertig. Wenn ich fertig ist, wenn das fertig ist, sieht das nur so anders aus. Deswegen versuche ich jetzt irgendwie erstmal mit den Pilzsuppe hinzuklatschen. Ähm... Wo machen wir denn die Pilze? Da. Aber wir warten nochmal, mach mal ne Schüssel. So. Und dann macht man noch irgendwie so. Oder... So und so. Oder braucht man dafür verschiedene Pilze? Scheiße. Das ist doch mal kacke hier. Hm. Naja. Wir haben nichts, was wir essen können. Doch, acht. Oh, wir haben acht. Großfleisch. Das werde ich gleich mal brutzeln. Und Kohle. So. Ähm... Was da hin? Da, dann können wir doch in die Höhle. Aber... Papier haben wir auch noch nicht, ne? Nee. Dann... Gehe ich jetzt erstmal zum... Steg und fahre mal ein bisschen... Durch die Gewässer und... Guck. Schau mich nach... Ähm... Bambus um. So, du bist mir so weit weg. Ich geh mal mit, ne? Ich geh mal mit, ne? Ich geh mal mit, ne? So. Plopp. Plopp. Moment. Anstoßen. So. Okay, fahren wir mal ein bisschen rum, wie das ist, das ist dunkel. Witz nach... Nee. Hm. Mysteriös. Hallo, Volker, mach's mal wieder nicht so dunkel. Oh, da sah sich auch schon was. Sieht aber ganz schön aus hier. Oh, und es hängt ein bisschen. Äh. Und da sind noch... Da war eben noch mehr, glaube ich. Ich weiß es nicht. Genau. Und dann bremsen wir mal... Einmal aussteigen, bitte. Und wieder einsteigen. Und ich glaube jetzt... Echt, dass es Nacht wird. Wieso geht so schnell der Tag vorbei? Fuck. Schnell. Beeil dich, Bötchen. Ich glaube, hier war noch mehr, oder? Das nimm ich mir dann gleich mit. Ich glaube, ich überlebe... Nein, überlebe ich nicht, aber... Schnell. Nö, 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 nö. So. Haben wir jetzt sechs. Das ist erstmal genug, um... Um es was selber anzupflanzen. Komm schon. Schon da lau. Ne, Mönchen. Na, das verschaffen wir doch locker. Okay, lau, lau, die Monster spawnen schon. Was ist denn hier los? Noch ein bisschen Plus-Score. Ja, also ich geh jetzt mal ins Mal hin. Und... Und... Ich überlege... Ähm... Also einmal brauchen wir auf jeden Fall. Ah, drei haben wir auch schon. Das reicht, glaube ich. Dreimal ist genug. Und sogar einen noch mit Wasser. Das ist auch gut. Wir können uns mal ein bisschen... Hier Wasser klauen. Denn... Ich mache jetzt einfach mal kurz da ein Loch rein. Das heißt, hier eine Reihe Wasser, da eine Reihe Wasser. Und... Fuck. Nein, doch, das ist gut. Hier noch eine Reihe. Also bauen wir dann... Oh, das ist knapp. Ich mache das erstmal so. Und auch da ein Dreck hin. Ein bisschen Dreck meine ich. Das hole ich mal ab. Und ich glaube, ich muss den Part jetzt hier mal wenden. Deswegen sage ich jetzt mal auf Wiedersehen. Und bis gleich. Ja, tschüss.